Ey, was los? Seid ihr schon wieder angepisst? Wegen irgendeinen Shit? Wegen klein bisschen Mist? Euer Diss war scheiße, deshalb machen wir keinen zurück. Das ist meine Art und weiß, euch zerlegen Stück für Stück. Jetzt will jeder Depp rappen, jeder will unbedingt spitten, doch ihr Lissbild, als wär der Mund voller Kippen. Der Beat ist unser Schlachtfeld, die Flows sind Killer. Rise Crime Studios, der wahre King lebt im Keller. Ich mach mein PC, erles, was die Leute da schreiben. Sie sind wieder mal am Labern und das Mollgras am zerreißen. Ich hab das echt satt, jeder macht da, was er will. Ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich da noch lange chill. Das ist der pure Neid, macht was aus eurem Leben. Der eine sagt, scheiße, der andere will mich live erleben. Und jeder macht auf Rapper, man, jeder will jetzt Fame. Doch den bekommen nur wir, das ist unser Game. Ihr wollt, dass es in ein Schlachtfeld endet, doch vorher haben wir es beendet. Ihr könnt weiter mit den Fingern und zeigen, Tyson und Weiß, wir müssen nichts mehr beweisen. Ihr wollt, dass es in ein Schlachtfeld endet, doch vorher haben wir es beendet. Ihr könnt weiter mit den Fingern und zeigen, Tyson und Weiß, wir müssen nichts mehr beweisen. Ihr kackt uns einfach voll und habt nichts zu tun mit Rap. Dann hört es euch nicht an, wenn es euch nicht gefällt. Sie gehen mir auf den Sack, sagen, dass ich schlecht bin. Ich schreib es auf ein Blatt, dass diese Menschen so falsch sind. Was wollt ihr denn von uns? Gebt mir nicht auf den Sack. Ihr seid so kreativ und überlegt Tag und Nacht. Ihr könnt sagen, denken und sehen, was ihr wollt. Die Tatsache ist, ich hab meinen Spaß und ihr heult. Aber mal ganz ehrlich, sagt ruhig, was ihr wollt. Wir wissen, es ist der Neid und dass ihr das gar nicht wollt. Manchmal überlege ich echt, was euer Problem ist, denn Tyson und ich sind doch unwiderstehlich. Ich sage es euch so, Tyson rubb wie ein Held, wenn ihr weiter schreibt, fallt ihr morgen auf dem Schlachtfeld. Ich stochert nach, wenn einer herabfällt. Ihr seid schlechte Menschen und benehmt euch wie auf ein Schlachtfeld. Ihr wollt, dass es in ein Schlachtfeld endet, doch vorher haben wir es beendet. Ihr könnt weiter mit den Fingern und zeigen, Tyson und Weiß, wir müssen nichts mehr beweisen. Soll ich schon aufnehmen? Ich bin ein Schlachtfeld. Ich bin ein Schlachtfeld. Ich bin ein Schlachtfeld. Ich bin ein Schlachtfeld. Ich bin ein Schlachtfeld.